Hallo zusammen. So ein Schuhkarton, der ist ja eigentlich nicht besonders groß, aber manchmal passt eine ganze Welt hinein. Nämlich immer dann, wenn es um die Aktion Weihnachten im Schuhkarton geht. Viele kennen die Idee. In Schuhkartons werden Geschenke für Kinder verpackt und weltweit verschickt. Zehn Millionen Kinder bekommen so jedes Jahr ein Stück Weihnachtsglück. Kinder, die unsere Unterstützung brauchen. Kinder, die in schwierigen Lebenssituationen aufwachsen und für die wir es in der Hand haben, dass ihr Weihnachtsfest etwas Besonderes wird. Dass auch sie Geschenke bekommen. Unsere Bäcker und Konditoren haben sich dieses Jahr überlegt, wie sie es noch einfacher machen können, diese Aktion zu unterstützen. Das Ergebnis habe ich hier in der Hand. Es ist die Aktion Backen und Packen. Bäcker und Konditoren können mitmachen, indem sie ab Herbst ihr Weihnachtsgebäck, ihre Stollen und Plätzchen in diesen vorgefertigten Kartons verkaufen. Und jeder, der Weihnachtsgebäck kauft, kann die Kartons dann zu Hause mit Geschenken füllen und einfach wieder im Laden abgeben. Ich finde, das ist eine tolle Idee, die ich von Herzen unterstütze. Und deshalb machen Sie ihr auch mit. Geben Sie Kindern Freude, geben Sie den Kindern Hoffnung. Danke und alles Gute. Danke.